ARD Text im Auftrag von Funk Schieß mit der Golden Gun haben, wir müssen beide, du willst es Oh, ich hab's nicht gesehen, sorry Luca, du willst es! Schieß! Luca, lebst du noch? Schieß! Deso hast du die Gun geworfen Till is es, Till is es Ich konnte aber nicht vorbei Luca lebt dann noch Aber nicht mehr lange Fabi hat ne AK Stimmt gar nicht Fabi hat ne AK Das ist ne Snipermann Oh, hab nicht gekauft Ich will wissen, wie man da reinkommt Wo denn? Hier Kann man da rein? Irgendwie, ich denk schon Wieso, warum hast du nichts in der Hand? Das gefällt mir hier nicht Deso hatte glatt was in der Hand Der hat was gekauft Luca, ohne Spaß find's wirklich nicht Der Deso hat was gekauft im Tradershop Der hatte glatt, da war's wieder Habt ihr das gesehen? Das ist das Ding hier, alter Nein, du hattest dazwischen oder was? Na, Fabi, na Scroll einmal hoch Scroll nochmal hoch Na Fabi Scroll nochmal hoch Scroll nochmal hoch Scroll nochmal hoch Scroll mal runter Scroll hoch Mach sie ja Nochmal hoch Bleib vor mir weg Drück die sieben Ich bin nur an dem vorbei Nein Drück die sieben Drück die sieben Ok, ich glaub diese ist Trusted Trotzdem war er im Tradershop Wollen wir uns zu sagen, mach nochmal hoch Komm auch her an die Ich bin Tradershop Mein Gott, alter, lass mich nochmal vorbei Harry 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 Geh weg von mir Harry Harry Fabi war gerade bei mir und ich bin die Detective Also, Perry ist hinter mir Ich, nee, bin ich nicht mehr Oder nicht mehr Aber Muka, wo rennst du hin? Das ist im Tradershop Oh lol Erwischt Boah, das hört sich so ekelhaft an, wenn man drüber läuft Ja Ups Entschuldigt sind hier keine gescheiten Waffen Bling Ich würd gern mal lieber Munizum finden Lol Till hat auf mich geschossen No Muka ist es Pick dich Ich glaub Till ist es, hat auf mich geschossen Warte, 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 warte Da hat einer Luca Dese war's Jo Ich wusste, dass Dese das war Hast du Leben für mich, Luca? Dann ist Fabi der Zweite Wieso, ich? Ja, weil du sein Komplize bist Wieso, wieso, sollte ich sein Komplize sein? Ja, wer soll da sonst sein? Fabi meinte ja auch grad zu mir, ich bin es, obwohl ich ihn abgeknallt hab Nee, ich hab gesagt, du bist es, weil du auf den Kursen Wo ist denn da Perry? Wo ist denn da Perry? Aber du hast ihn ja confirmed, deswegen weißt du, dass wir jetzt trusted werden Wo ist Perry? Wo ist Perry? Am Eingang Ist Perry tot? Ja, der ist mir grad eben entgegen gekommen Ich bin ja, weil Till hat auf mich geschossen kurzzeitig An dir vorbei, ja Fabi oder Perry? Ich weiß nicht, wenn Perry nicht mehr da ist Könntest du doch sein Nee, nee Oh, da hockt da doch der Perry Da hinten hockt da doch Wo hockt der Perry? Der ist grad an uns vorbeigelaufen Nee, das ist, das ist Fabi, 100% Nee, der war Perry grad Ja, aber der hat den nur mit der Mütter da gesehen Luca, komm mit Das stimmt nicht, ich hab mich grad umgedreht Da hab ich in den Augen ab Fabi Nee, Till, komm, wir müssen nicht in Offensive umgreifen Immer diese Franzosen Der verliert den Krieg sowieso wieder Fabius? Ja Sorry Nice Nice Teamwork Ja, was? Fabi kam nicht bei mir vorbei Was ist das für eine Scheißung? Ah, das sieht doch schonmal viel besser aus Ah, ich weiß, wo er ist Wo denn? Glaub ich Das Spiel ging nicht mehr Wo war der? Der hat sich die ganze Zeit hinten her teleportiert Hab gedacht, die Die, ähm Die Crossbow musst du erst nachladen Hab ich doch, aber Ich hab gedacht, die macht mit einem Schuss einen Down Nee, nee, nicht immer Ich glaub ich bin Ich glaub ich bin Mucker, ich glaub ich bin dreimal durchs selbe Portal gegangen, oder? Ich konnte hinkommen Vor allem Vor allem als du gesagt hast Go hoch und so weiter Ich hab immer runtergescrollt und so Ja, 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 ja Merkt er ja sowieso Aber Ähm Ich stand echt Ähm Scheiße da Als die auf einmal nicht los- Als ich auf einmal den nicht gekillt hatte, richtig Nee, stand da auf Anonymisch In der Crossbow die leer war Nein, nein, die war dann Ich wollt ja wechseln Ich wollt ja Wechseln Weil ich wusste, dass ich nicht nachladen muss vorher So warte, ich bin hier lang gelaufen Alter, ich bin auch mal vierer Atmen mit dem Reifen Loil Die DLB ist immer voll Kann man die ja betätigen? Du kannst ne Schleuse öffnen Oh, ich bin auch da Richtig Kann man die Panzer hier benutzen? Oh, Panzer? Pass auf, nicht dass der Fabi wegläuft Hehehe Ich trob in der Systeme Hi Leso Hi Oh, ich bin erinnert Aua, Aua Fabi hat mich angeschossen Ich hab nur 60 HP Stimmt, das ist eine Lüge Aua, Fabi schießt Ah Ah Pass auf hier, ich hab 60 HP, Fabi hat mich angeschossen Wo hast du von der Tür eingequetscht oder was? Du hast mich angeschossen Und gar nicht Aber sowas von Das ist eine Lüge Hehehe, das ist eine Lüge Wirklich, das ist eine Lüge Wirklich, das ist eine Lüge Och, ma Ich seh euch schon wieder alle nicht He, desu Hehehe Da war ein Till Hi Till Hä? Was? Ah, hi Hi Till Iris, bei mir Oh, hier ist doch jemand tot Oh, ja Oh Oho Oho Noll, wer hat denn geschossen? Heiß nicht Bei mir, Rezu Hi Bist du? Hehehe Der Rezu wollte grad fragen Bist du Traitor? Harry? Na Hehehe Damit müssen wir noch hier unterwegs Alles besser noch Ah, Rezu Ah Was war das? Rezu? Der ist schon umgefallen Ja? 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 Nein Der ist vor mir umgefallen Aber ich weiß nicht wieso Hehehe Ja, natürlich Da war ein Till noch Till, sag mal was Ja, dann ist es Fabi Bin's nicht Weil der war grad bei mir Das ist grad richtig in den Lese gelaufen Okay Dann hast du das Parry und Fabi Hehehe Ich bin's nicht Ich bin's definitiv nicht Nein, ich auch nicht Ich muss Till sein Ach, Till ist voll Parry ist das 100 Pro Okay, Muka, Muka und Till, sagst du 100 Pro Parry Till lebt gar nicht mehr Parry war Traitor Hast du Parry getötet, Muka? Nee, nee Moin Hey, da lebt denn nur einer Ja, ne? Das ist natürlich nicht jetzt doof Das ist so dreckig Wir lebt nun Ey, Muka, du hast mich wohl getötet, Gidepp Fabi hat er dich wirklich umgebracht Und Dezu, ich hab dich gemessert mit dem Messer Das Messer ist voll geil Ja, ich weiß, das hab ich gesehen Da hast du mich doch angeschossen Wie funktioniert das Messer, Parry? Ja, ja, ich hab dich angeschossen damit Ja, ich hab den erst angeschossen Aber so, dass er mich nicht sieht Dann hab ich so getan, dass er da keiner Hab ich das Messer gezückt hinter dem Und zack Wie, du hast ihn angeschossen So, dass er das nicht sieht Ja, ja, ich war in der Art Etagehöhe Hab ihn einmal angeschossen Ja, ja, ja Räder hingemann statt im TS Ja, wir vergessen Oh, okay, Parry Oh, schon wieder kein Traitor Ich werde die ganze Zeit nicht mehr Ja, auf Farbe ist Traitor Ja, willst du mit einer Golden Gun auf mich schießen? Alter, wir wirfen hier Feuer hin Wer hat grad auf mich geschossen? Ey, wer von euch hat auf mich geschossen? Ehm, gerade Ja, der meckt das voll Hallo? Ich darf jetzt nicht verarschen Ich leck hier voll rum, ne? Ich leck hier rum, ne? Jetzt darf ich auf die Fresse kriegen, Luca Ich leck hier rum Ich glaub, ich töte den meinem Luca auf deinen Legs Ich glaub, Luca ist es Au Boah, alter, wer hat Alter Boah, alter, wer hat Und dann hast du noch Pluck Oh, fuck Luca Ja Bin der da Nein Ich bin aber auch Lol, da ist noch einer nach unten gefallen Jetzt geht aber die Party hier los Nein 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 Wir haben jetzt gestorben Wir haben nur irgend so ein Klatschen gehört So Wieso hat Johnny McMurtz eigentlich schon AP verloren? Weil ich ins Feuer geschubst wurde Von wem das denn? Ich hab von Curry Der langsam Abgrund hier ist okay Alter Oh, deswegen Ich geh mir mal die Leute angucken, die nach unten gefallen sind Man munkelt das zu der einen oder andere Hat sich sein Leben genommen Luca, fick dich, Luca, fick dich Luca Nein Oh mein Gott, toll Wo bist du denn hier? Oh, Mann Wo kommst du denn schon wieder? Wer war der zweite Traitor? Der ist aber der zweite Traitor Jesu Jesu ist durch Parry gestorben So wie ich, ich bin auch durch Parry gestorben Dann gehst du mit hier weg Nö 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 Na klar, wenn du hier oben bist, like, spielst du dich ab, ne? Geh weg von mir Na komm, geh weg Geh weg Nein Kann ich jetzt runter gehen? Warte, du stirbst jetzt Warum? Wurden beschossen, ne? Ja Echt so Luka Wo, 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 wo? Wo ist Luca? Wo? In welchem? Aha Das ist diese So Parry Teil, lebst du noch? Hat... Hat Luca den getötet jetzt? Kein so Ne, der ist leise Wo ist denn Luca? Luca? Teil? Anyone in China? Wieso? War das ne Feuergranate? Nein Glaube Oder? Weiß ich nicht Du weißt aber das Wer snipert da? Irgendjemand snipert In dem Raum ist einer drin Ja, man sieht nicht Was das für Sachen sind Wenn man Äh, das so eingestellt hat Wie ich Hey, da ist keiner Wie Leute leben denn überhaupt noch? Desu? Nein, ich bin's nicht Ja, Desu ist bei mir Ja Hä? Parry 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 ist es Okay, dann Desu hast du nicht geschossen Aber hast du da Ey, Luca, warum bist du nicht gestorben? Keine Ahnung, warum ich dich nicht getroffen hab gerade Ich weiß nicht Ich dachte ich überlebe heute mal Du hattest das fast Du hattest das fast in der Hand Als ich drauf geschossen hab Du hast das trotzdem überlebt Ich glaub der Halter, der überlebt das Okay Ich kann das auch nicht übernehmen Als du die Deck der fuhrtest Ja, ich bin schlechter Detektin Das ist die Pinke Auch wenn man gegen das Gas schießt Dann kommt Pinke Was Pinkees raus Ich bin jetzt der Richter Ihr müsst auf mich hören Wow Ruhe im Gerichtssaal Du hast die Map verbuggt Knauze da hinten Oh nein Na Parry Na Parry Fuck Das gefühl mein PC mag die Map nicht Parry, tu's nicht Der hat's gut geflogen So ein Humor, Luca Du bist Du bist Du bist ein Humor Natürlich will ich das bei dir machen Nein Yo Leute ich hoffe das Video hat euch gefallen Wenn ja dann lasst doch bitte einen Daumen nach oben da Oder kommentiert das Video Hier oben habt ihr jetzt nochmal ein DayZ Video Und unten den letzten TTT Part Haut raus